Wer weiß denn sowas? Endlich erscheint eine der erfolgreichsten deutschen Quizshows auf PlayStation 4. Spiele 30 komplette Shows mit knapp 400 Fragen aus über 100 Kategorien und stelle dein Wissen unter Beweis. Wie im Original werden alle Fragen mit einem kurzen Video beantwortet. Wenn Hunde ihren Kopf schieflegen, achten sie auf Wörter, die sie kennen. Dich erwarten über 20 Stunden Spielspaß pur. Erstelle und individualisiere deinen eigenen Charakter, denn du möchtest ja im Studio sitzen. Entscheide dich für das Team Hohecker oder Elton und höre, welche Meinung dein Teamkapitän zu der Frage hat. Doch das letzte Wort liegt allein bei dir. Misst dich mit Freunden oder deiner Familie und zeigt allen, was ihr drauf habt. Ihr könnt Bernhard Hohecker und Elton einfach in die Cafeteria schicken und zu viert gegeneinander antreten. Wer weiß denn sowas? Ab sofort für PlayStation 4 erhältlich.